Ich habe Lessing TV gegründet, ich glaube vor sieben oder acht Jahren. Und zwar war das so, dass Schüler von unserer Schule aus eigenem Antrieb kleine Videos geschnitten haben mit Nachrichten. Und die waren so urkomisch und gut, dass ich gefunden habe, das wäre toll, wenn wir das als ein Projekt bei uns hätten. Und dann habe ich eine Arbeitsgemeinschaft gegründet und da schneide ich mit Schülern. Wir haben ein tolles Equipment, was man ja jetzt sieht hier, einen ganzen tollen PC, nur ein Schnitt-PC für die Arbeit von Lessing TV. Und inhaltlich ist es so, dass wir jetzt Videos haben zu Unterricht, Videos zu Events an der Schule, Videos über die Geschichtswerkstatt, über das Projekt Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Also ganz unterschiedliche Themenbereiche, je nachdem, was die Schüler interessiert und was ansteht. Und ja, wir haben auch schon einen ganz großen Erfolg gehabt. Vor drei Jahren haben wir mitgemacht bei Microsoft, bei einem europaweiten Wettbewerb. Und wir haben für Deutschland den ersten Preis gewonnen und waren mit vielen anderen Preisträgern aus Europa in Lissabon eingeladen, das Projekt vorzustellen. Und das war natürlich das absolute Highlight. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.